Den Skoda Fabia, den gibt es bereits seit 22 Jahren und jetzt präsentiert Skoda die vierte Generation, die jetzt auf dem MQB A0, also dem modularen Queroberkasten für Kleinwagen des Volkswagen-Konzerns beruht. Und damit halten beim Fabia viele neue technische Innovationen Einzug. Was genau neu ist, wie sich der neue Fabia fährt, wie viel größer er geworden ist, das schauen wir uns jetzt an. Mein Testwagen wird angetrieben von dem Motor, der wohl am häufigsten für den Fabia geordert werden wird, denn das ist der 1 Liter TSI als Dreizylinder mit 81 kW bzw. 110 PS maximaler Leistung und 200 Nm Drehmoment. Hier im Auto ist er gekoppelt, nicht mit dem Handschaltgetriebe, sondern mit dem siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebe. Und diese Einheit, die funktioniert hier wirklich gut. Der Wagen hat genug Kraft, um auch mal ein bisschen zügiger gefahren zu werden. Auf der anderen Seite bietet er aber dank dieser sieben Stufen eben auch die Möglichkeit, sehr entspannt und locker einfach mal zu cruisen und ist dabei, was die Drehzahl angeht, eher im unteren Bereich. Und damit ist es hier im Auto einfach sehr schön leise. Und so kann man diesen kleinen Fabia, egal wie man ihn denn dann fährt, in beiden Fällen genießen. Unser Testwagen fährt vor in einer Farbe, die nennt sich Phoenix Orange. Die passt, wie ich finde, gut zu diesem Fabia, ist aber leider aufpreispflichtig. Der neue Fabia ist 1,78 Meter breit und damit ist er rund 48 Millimeter breiter als seinen Vorgänger. Das sorgt natürlich für ein komplett anderes Erscheinungsbild. Das Auto steht einfach viel satter und ja, viel kraftvoller auf der Straße. Wenn wir uns die Front anschauen, wir haben nicht nur den großen, modernen, neuen Skoda Kühlergrill hier mit dem Chromrahmen, sondern wir haben auch komplett neue Scheinwerfer mit an Bord. Und jetzt hat der Fabia immer LED-Scheinwerfer mit dabei, bereits in der Basis. Es gibt aber auch gegen Aufpreis noch ein verbessertes Scheinwerfersystem, auch ein LED-System. Das beinhaltet aber gleichzeitig auch das Seiten- und Abbiegelicht. Und da wir die Ausstandslinie Style fahren, haben wir auch noch hier die Nebelscheinwerfer mit an Bord, denn die sind bei dieser Ausstandslinie Serie. Wenn wir dann weiter runter schauen, finden wir einen schön scharf gezeichneten Frontspoiler, einen sehr großen Lufteinlass hier. Übrigens hat das Fahrzeug vorne einen aktiven Lufteinlass mit einer Möglichkeit einer Jalousie, die öffnet und schließt, um die Aerodynamik des Wagens zu optimieren und damit nochmal Sprit einzusparen. Und bei einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde soll das circa 0,2 Liter auf 100 Kilometer ausmachen. So kann man auch Geld sparen. Im Interieur unseres Fabia finden wir typisch für einen Kleinwagen viel Kunststoff. Das fängt hier an, geht hier oben auf dem Armaturenbrett weiter und auch hier unten oder an der Mittelkonsole ist es einfach Plastik. Aber das ist beim Fabia richtig gut verarbeitet und vor allen Dingen dank des neuen frischen Designs wirklich schön verpackt. Und diese Verpackung macht viel aus. So haben wir zum Beispiel hier im Auto jetzt ein durchgehendes Element in der Kontrastfarbe, das über die ganze Fahrzeugbreite läuft hier unterhalb des Armaturenbretts und sogar durch die neuen jetzt runden Lüfter hindurchläuft und einfach dafür sorgt, dass man dort wirklich hängen bleibt mit dem Auge. Denn es sieht so ein bisschen aus wie ein aufgestecktes Triebwerk auf einen Flügel. Und darüber hinaus finden wir am Armaturenbrett jetzt da drunter eine Oberfläche, die ist mit Stoff bespannt und hat hier Kontrastnäht und auch das wertet den Innenraum massiv auf. Und so hat man in diesem Fabia eigentlich nicht das Gefühl, in einem Kleinwagen unterwegs zu sein. Und außerdem wird dieses selbstbewusste Auftreten des Fahrzeugs nochmal unterstrichen durch die Fabia-Schriftzüge, die man jetzt hier oben rechts und links vom Cockpit eingraviert vorfindet. Das aktuelle Einstiegsmodell des Skoda Fabia wird von einem 1 Liter Benziner angetrieben und kostet in der Ausstattung Active 16.290 Euro. Später soll noch eine günstigere, nur 66 PS starke Version folgen. Einen Opel Corsa mit einem 1,2 Liter Benziner und 75 PS gibt es bereits ab 14.600 Euro. Und ein Hyundai i20 mit 84 PS aus einem 1,2 Liter Motor kostet ab 13.900 Euro. Den 80 PS starken Konzernbruder Seat Ibiza bekommt man ab 14.950 Euro. In der Basis fährt der Fabia jetzt auf 15 Zoll Stahlrädern vor. Unser jedoch hat die aufpreispflichtigen 16 Zollräder an Bord. Es gibt aber bis zu 18 Zoll zu bestellen. Der Fabia ist nun erstmals über 4 Meter lang und zwar ziemlich genau 4,11 Meter und damit ebenfalls ziemlich genau 11 Zentimeter länger als sein Vorgänger. Wir haben einen deutlich gewachsenen Radstand. Hier reden wir jetzt von 2,56 Meter und das heißt, dass das Fahrzeug nicht ganz 10 Zentimeter mehr Radstand gewonnen hat. Und das sorgt natürlich für ganz andere Innenraummaße. In der Höhe ist nicht wirklich was passiert. Hier sind es nur wenige Millimeter, die das Auto flacher geworden ist. Wenn wir uns das Design vom Fabia anschauen, ist es natürlich komplett modernisiert worden. Wir haben hier im Grunde genommen zwei wirklich wichtige Linien. Einmal die Linie hier oben, die sich von der vorderen Scheinwerfer bis zur Rückleuchte durchzieht. Dann haben wir hier unten so eine leicht geschwungene Linie, die dafür sorgt, dass die Mitte ein bisschen eingezogen wird und dadurch die Rathäuser betont werden. Somit der Wagen von der Seite ein bisschen kraftvoller dasteht. Aber auch diese Linie wird zum Beispiel hier vorne am Stoßfänger und hinten auch wieder aufgenommen, so dass wir wirklich einen Schwung im Fahrzeug sehen, der sich von vorne nach hinten durchzieht. Wenn wir uns die Sonderausstattung unseres Autos anschauen, wir haben hier mit an Bord das große Panorama-Glastag. Das ist übrigens das größte in der Klasse, kostet aber leider rund 640 Euro Aufpreis. Und wir haben ebenfalls die sogenannte Sunset-Verglasung, das heißt die Seiten- und Heckscheiben abgedunkelt. Auch das gibt es nicht kostenlos. Hier werden 220 Euro fällig. Zu der Basisausstattung des Fabia gehört unter anderem ein 6,5 Zoll großes Touchscreen für das Radio. Es gehört dazu Digitalradio oder aber auch eine Klimaanlage. Es gibt aber natürlich vieles mehr, was man fürs Auto bestellen kann oder was man durch höhere Ausstattungslinien automatisch dazu bekommt. Einiges als Einzeloption, einiges in Paketen. Und dazu gehören Dinge wie zum Beispiel das große Panorama-Glastag oder dazu gehört eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und vieles, vieles mehr, so dass man sich seinen kleinen Fabia sehr schön konfigurieren kann. 1 Liter Dreizylinder sind die dominierenden Aggregate bei der Motorenpalette des neuen Fabia. Das Ganze fängt an mit einem 1,13 Liter MPI-Motor. Der leistet entweder 66 oder aber 80 PS und ist gekoppelt mit einem 5-stufigen Handschaltgetriebe. Dann gibt es noch einen 1,13 Liter TSI. Das ist der Motor, den wir hier haben. Den gibt es aber auch in zwei Leistungsstufen, nämlich entweder 95 oder aber 110 PS wie bei uns. Hier wichtig, der 95 PS Motor ist gekoppelt mit einem 5-stufigen Handschaltgetriebe. Den Motor, den wir haben mit 110 PS, den gibt es entweder mit einem 6-stufigen Handschaltgetriebe oder aber mit einem 7-stufigen DSG. Später im Jahr gibt es dann noch die neue Top-Motorisierung fürs Auto. Das ist dann der bekannte 1,5 Liter Vierzylinder aus dem VW-Konzern. Und der leistet dann hier, wie bei allen anderen Modellen, auch 150 PS. Obwohl der Fabia ein Kleinwagen ist, hat er dennoch die wichtigsten Assistenz- und Sicherheitssysteme immer mit an Bord. Und dazu gehört unter anderem eine Müdigkeitserkennung, ein Spurhalterassistent, eine City-Notbremsfunktion oder auch eine Multikollisionsbremse. Man kann aber auch dank der neuen MQB A0-Plattform jetzt reichlich zusätzliche Assistenzsysteme bestellen und ein ganz wichtiges Paket, das ist der neue sogenannte Travel Assist. Den kennen wir aus anderen Volkswagen-Konzernmodellen. Und der verschafft dem Fabia jetzt unter anderem die Möglichkeit, quasi teilautonom zu fahren durch eine Abstandskontrolle, durch eine Verkehrszeichenerkennung und durch einen aktiven Spurhalter. Und das ist für so einen Kleinwagen schon ein ziemlicher Schritt nach vorne. Aber man kann natürlich darüber hinaus noch mehr Assistenten bestellen, Teile davon in Paketen, Teile einzeln. Und damit kann man seinen Fabia nicht nur sicherer, sondern auch nochmal komfortabler machen. Das Kofferraumvolumen des Fabia ist wirklich massiv gewachsen, denn er bietet jetzt exakt 50 Liter mehr. Und das bedeutet, wir haben jetzt 380 Liter maximales Ladevolumen mit aufgestellter Rückbank. 1.190 Liter werden es, wenn ich die Rücksitze komplett umklappe. Warum bin ich so begeistert von diesen 380 Litern? Ganz einfach. Ein VW Golf bietet genau 1 Liter mehr und ein Opel Astra sogar 10 Liter weniger. Und das sind beides Fahrzeuge der Kompaktklasse. Wenn ich mit dem Fabia einen Anhänger ziehen möchte, kann ich das natürlich auch. Die maximale Anhängelast hier beträgt 1100 Kilogramm. Die maximale Stützlast 75 Kilogramm. Schaut man sich übrigens den Kofferraum der Wettbewerber an, zeigt sich, dass zum Beispiel das Gepäckabteil des Opel Corsa 309 bis 1081 Liter und das des Hyundai i20 352 bis 1165 Liter misst. Der Seat Ibiza bietet mit 355 bis 1165 Liter ein wenig mehr, kommt aber auch nicht an den Skoda heran. Am Heck unseres Fabia finden wir jetzt einen relativ großen Dachkantenspoiler und der ist zusammen mit dem aktiven Kühlergrill unter anderem dafür verantwortlich, dass der Fabia jetzt nur noch einen CW-Wert hat von 0,28. Darunter finden wir unsere abgedunkelte Heckscheibe und dann, wie bei allen neuen Skoda-Modellen, den Schriftzug anstelle des Skoda-Logos. Schauen wir weiter runter, dann ist das Auto relativ clean, aber wenn wir an die Seite schauen, finden wir jetzt hier geteilte Rückleuchten und die gibt es gegen Aufpreis in LED-Technologie. Hier werden übrigens 160 Euro fällig. Dafür haben wir dann aber auch diese typische kristalline Optik im Glas. Wenn wir uns das Auto hier unten anschauen, dann haben wir noch so einen Kunststoffbereich hier, wo hier die Seite noch betont wird mit diesem Flap und dem Reflektor. Und um das Auto noch mal breiter dastehen zu lassen, finden wir hier so eine Kante, die wir auch hier in der Rückleuchte finden. Und die betont einfach die Außenseite des Autos und stellt die von hinten noch mal richtig schön satt auf die Straße. Das Platzangebot im Fahrzeug ist wirklich, auch für einen Menschen wie mich, mit fast zwei Metern Körpergröße, absolut in Ordnung. Ich sitze aufrecht und gut im Auto, kann das Lenkrad vernünftig einstellen, finde eine gute Sitzposition und habe trotzdem über dem Kopf noch Luft. Mag auch hier an dem Panoramadach liegen, denn der Rahmen, der läuft relativ weit außen, sodass ich hier das zusätzliche Platzangebot einfach nutzen kann. Der Sitz im Auto, der bietet genug Seitenhalt und einen völlig ausreichenden Komfort. Und wie ich finde, eine Kopfstütze, die man sehr schön hoch einstellen kann, gefällt mir als großer Person natürlich besonders gut. Wie es mit dem Platz hinter mir ausschaut, das probieren wir gleich mal bei einem kurzen Zwischenstopp aus. So, mein Zwischenstopp, um zu schauen, ob ich im Farbejahr hinter mir sitzen kann. Ich bin 1,95 groß, ein bisschen beleibt. Wir gucken mal, wie viel Platz ich da hinten habe. Es scheint ein bisschen eng zu sein. Mal gucken. Ich kletter mal rein, soweit es geht. Ja, also, meine Füße darunter zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Die Kopffreiheit, die reicht tatsächlich, das hätte ich nicht erwartet. Ist hinten in den Schultern ein bisschen unbequem wegen der Kopfstütze, aber grundsätzlich kann ich da sitzen. Bei den Knien ist es schon sehr, sehr eng, aber ich bin 1,95 und sitze hinter mir und das ist eben nicht der Standard. Mit 1,80 und 1,80 könnt ihr hier wahrscheinlich auch eine Langstrecke ganz bequem aushalten. Das Zusammenspiel aus Fahrwerk, Lenkung und Bremse, das haben die Skoda-Ingenieure einfach richtig gut hinbekommen. Anders kann man das nicht sagen, denn die Lenkung, die ist schön präzise, die Bremse ist gut zu dosieren, aber den Vogel schießt tatsächlich das Fahrwerk ab, denn man merkt überhaupt nicht, dass man in einem Kleinwagen unterwegs ist. Der Wagen ist extrem komfortabel, liegt sehr schön ruhig und trotzdem satt auf der Straße und macht eben nicht nur in der Stadt Spaß und überzeugt, sondern das macht er auch auf der Landstraße. Und das ist für so ein Auto, wie ich finde, nicht unbedingt üblich, denn eigentlich ist es ja eher ein Stadtauto. Wem das nicht reicht, der kann für den Fabia optional ein Sportfahrwerk bestellen. Damit liegt der Wagen 15 mm tiefer oder in die andere Richtung geht es natürlich auch. Es gibt ein sogenanntes Schlechtwegefahrwerk. Das sorgt dafür, dass der Wagen 15 mm höher liegt. Natürlich gibt es auch beim neuen Fabia reichlich Simply Clever Lösungen und wir finden aber da nicht nur neue, sondern auch alte Bekannte, wie zum Beispiel den Eiskratzer hier im Deckel der Tankklappe, jetzt mit Profiltiefenmesser für die Räder. Es gibt im Kofferraum natürlich wie immer reichlich Haken und Ösen, aber es gibt auch neue Sachen, wie zum Beispiel dieses variable Fach hier oder dieses seitliche Fach, das jetzt neuerdings flexibler ist. Das kann ich so einstellen, wie ich es brauche. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch die optionale Wendematte für den Boden und vieles, vieles mehr. Wirklich neu zum Beispiel sind auch jetzt die Regenschirme in den Türen oder aber die neue Mittelkonsole mit dem herausnehmbaren Becherhalter. Unter anderem gibt es natürlich wie immer den Clip für die Parkscheibe, aber ebenfalls neu ist am Spiegel vorne, gibt es jetzt einen USB-Anschluss für zum Beispiel ein Mobiltelefon, das man dort an der Scheibe positionieren und vielleicht dann auch laden möchte. In der Basis hat der Fabia noch analoge Instrumente mit an Bord, aber es gibt mittlerweile zumindest optional ein voll digitales Cockpit zu bestellen. Das hat eine Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll und ist, wie wir das auch von anderen Konzernmodellen kennen, voll anpassbar. Das heißt, ich habe zum einen unterschiedliche Ansichten und zum anderen kann ich mir die Inhalte auch noch so platzieren und aussuchen, wie ich sie gerne haben möchte. Darüber hinaus gibt es Infotainmentsysteme mit Bildschirmdiagonalen von 6,5 bis jetzt 9,2 Zoll und wenn ich es möchte, muss ich hier auf gar nichts verzichten, denn es gibt hier sowohl Live-Daten wie auch Apple CarPlay und Android Auto, Wireless, wenn ich es möchte, also kabellos und natürlich die Möglichkeit, meine Geräte auch mit dem Kabel per USB oder aber auch, wenn ich möchte, per Bluetooth zu verbinden. Beim Thema Ablagen bietet der Fabia das, was man von Skoda erwartet, nämlich reichlich Fächer und dazu gehören unter anderem vernünftig dimensionierte Fächer in den Türen vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite, aber auch eine Mittelkonsole, wo wir vorne ein großes offenes Fach finden. Da gibt es unter anderem zwei USB-C-Anschlüsse und auch das induktive Laden. Dahinter kommt die Schaltkulisse und da finden wir selbst beim Automatikfahrzeug einen klassischen Wählhebel, denn dieses Auto verzichtet auf das Shift-by-Wire-System, da es den Fabia nicht rein elektrisch geben wird. Dahinter gibt es eine normale mechanische Handbremse, auch mittlerweile nicht mehr üblich und daneben ein neues Fach mit einem herausnehmbaren Becherhalter. Dann gibt es die Mittelarmlehne, die ist leider nicht verstellbar, darunter gibt es dann aber nochmal ein kleines Staufach. Wenn ich auf die Rückbank schaue, dann finde ich dort die verlängerte Mittelkonsole und da dann wieder USB-C-Anschlüsse, leider aber optional und auch einen zusätzlichen Becherhalter. Aber natürlich gibt es auf der Rückbank auch nochmal Ablagen in den Türen und zwei Becherhalter in der herunterklappbaren Mittelarmlehne. Das war meine Probefahrt im neuen Skoda Fabia und zusammenfassend kann man sagen, das Auto ist wirklich deutlich moderner geworden. Das gilt nicht nur für das neue Exterieur- und Interiordesign, sondern natürlich auch für die neuen Assistenz- und Sicherheitssysteme und auch das neue Infotainment. Darüber hinaus bietet das Auto deutlich mehr Platz als vorher und einen riesengroßen Kofferraum für dieses Segment. Kleinen Tipp von meiner Seite, wer sich so ein Auto bestellt, sollte auf jeden Fall 50 Euro extra ausgeben, denn dafür gibt es das Tank-Upgrade. Das heißt, wir haben nicht mehr 40, sondern 50 Liter zur Verfügung und das heißt, wir können hier Reichweiten von über 900 Kilometern erzielen. Zum Thema Fahren, diese 1-Liter-Motoren, die passen richtig gut zum Auto, die machen Spaß und mit dem 110 PS Motor, den wir fahren durften, gerade auch in Verbindung mit dem DSG, kann man sowohl richtig schön gemütlich unterwegs sein, wie auch mal etwas sportlicher über Land fahren.